Die Zahl der unterschiedlichen Smart-Modelle ist recht übersichtlich. Neben dem Ford 2 Coupé gibt es noch ein Ford 2 Cabrio. Pünktlich zu jeder großen Automesse zeigt Smart regelmäßig eine futuristische Studie. Zum Pariser Autosalon soll der Smart 4 Stars die Blicke auf sich ziehen. Die Besonderheit bei diesem Shoker ist, dass er einen Beamer in der Motorhaube hat, mit dem sich zum Beispiel Filme im Parkhaus auf die Wangen werfen lassen. Gesteuert wird diese Technik der Smart-Studie passenderweise über das Smartphone, das dann auch den Rückspiegel ersetzt. Fahren kann der 4 Stars übrigens auch. Ein 82 PS Elektromotor soll ihn auf 130 kmh beschleunigen. Ob und wann dieses Spaß-Auto in Serie gehen könnte, ist noch nicht bekannt. Genauer angucken kann man es sich auf dem Autosalon in Paris, der Ende des Monats startet. Dasενmöbrech. 3 2 2 3 4 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017